Ja, die Stelle habe ich zwar schon mal aufgenommen, aber, ähm, joa, ab einer bestimmten Stelle wollte meine Playstation 4 nicht mehr aufnehmen, deswegen muss ich jetzt eine Deckrate machen und mehr als 480p kriege ich da leider nicht hin. Tut mir leid. Dann wird es gleich oben links sehen, wenn es abgebrochen wird. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 I love you. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Una, it's time. Untertitelung des ZDF, 2020 Everyone here has lost homes, dreams, and friends. Everybody? Now, Sin is finally dead. Now, Spira is ours again. Working together. Now we can make new homes for ourselves. And new dreams. Although I know, the journey will be hard. We have lots of time. Together, we will rebuild Spira. The road is ahead of us. So let's start out today. Just one more thing. Just one more thing. Never forget them. We have lots of time. So let's start out today. We have lots of time. We have lots of time. KOKORO KUMOが運ぶ明日に弾んだ声 月が揺れる鏡に震えた心 星が裏でこぼれた柔らかい涙 仕事は月の数の数を勝ちに2つもお嬉しい お店が走ってくる このお店はずっと有限で 私はもう少し見ている と言う人は 2つもりと4つもりと そしてどんどんどんお店を取り出してくる お店をもらえる お店を取り出し してくる お店を取り出してくる Und wie gesagt, der Monster Farben kommt dann die aus. Simo wollte ich nochmal ohne Bestia versuchen. Jacked habe ich schon versucht. Aber leider war die auch nochmal Schrott. Naja. Das kann ich ja dann ohne Eckhater aufnehmen. Das geht ja dann ganz normal wenigstens. Ja. Das Spiel im Hintergrund finde ich sehr schön. Also Blitzball ist auf jeden Fall ein Spiel, das ich gerne spiele. Ich hätte noch die Jackswee-Ruiden und sowas suchen können, um die Ekstase von Auril noch zu erweitern. Wobei ich mich sowieso frage, wo die vierte ist. Die dritte habe ich vergessen, wo ich sie gefunden habe. Gut. Mir habe ich jetzt nichts zu sagen. Lasse ich noch die Credits durchlaufen. Wenn ich diese bestimmt bin, beende ich die Aufnahme. Also sage ich dann schon mal Tschüss und auf Wiedersehen. Ich hoffe nur, dass ich jetzt nichts abkackt habe. Ansonsten habe ich nur gesagt Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Projekt. Hier kommen höchstens noch Bonus-Parts dazu. Die werde ich dann einfach am Ende der Playlist noch reinhauen. Dann mache ich keine extra Playlist wie bei Brust of Fight 3 damals. So, Digi, Dani, isn't it wonderful? Rikige, so, was liegt das? Okay. Okay. Ah, ja. Ciao. Ah, Otherworld. Bokets, B, X, Silly, DX, Mua. Das war's, Alter. Und hier sieht man noch die englischen Sprecher der Leute. Alex Fernandes. Hatte ich auch ein Fehler, das ist, äh, na egal, das ist ein anderes Projekt. Also, ich gehe jetzt auf drei, 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 drei. Looks gleich, drei, 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 drei. Sähe, drei, 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 drei. Faceit, Dange, ne, wir sind ja noch offen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020